Ja, ich habe mich hier heute mit dem Henning getroffen, zum Currywurst-Essen. Ah, hier, Currywurst, denn der Henning wollte euch was sagen. Henning, was denn? Das hier ist eine leckere Wildcurrywurst, die wird in Dosen geliefert. Nein! Nein, Leute, der Sommer neigt sich langsam dem Ende entgegen. Da gibt es nur eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen könnt, wenn ihr zwischen 8 und 14 seid. Bewerbt euch für The Voice Kids. Und wenn ihr ein Stück von dem Kuchen der Emotionen haben wollt, die es in den letzten zwei Jahren wirklich auf den Gipfel des Olympus des Fernsehens geschafft haben, dann seid ihr bei The Voice Kids auf jeden Fall richtig. Wie ihr euch bewerben könnt, seht ihr alles auf theboyskids.de. Seid dabei!